Lv13, Power Up, Shield Push, ach nöööööööü, homing shots,ательно holen, nun habe Jetzt habe ich 34.000, dann habe ich mal Superspeed im zweiten Level, Unlocken und Shield Energy im zweiten Level. Shield Push, nicht. Rapid Fire im zweiten Level. Und jetzt habe ich keine Kohle mehr, keine Kohle. So, wo muss ich denn überhaupt hin? Schießende Gegner. Schießende Gegner mag ich nicht, habe ich glaube schon mal gesagt. Die spawnen auch da. So ein bisschen C suchen ist gar nicht schlecht. Schlüssel habe ich keinen, also muss ich woanders erst schauen. So, manchmal so eine kleine Karte wäre schon ganz cool. Hm, ich glaube da bin ich falsch. Hier komme ich rein. Das ist auch schon der Schlüssel. Wenn ich dann da brauche. Dann mal rechts runter. So. 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 Halt, Moment mal. Da ist jetzt ein Ausgang. Hätte ich den Schlüssel hier noch nicht verwenden dürfen. Nein. Ich will da rüber. So muss ich hier durch die Wand irgendwo fliegen. Ich glaube ich muss irgendwo durch die Wand fliegen. Vielleicht durch so einen kleinen. Hier durch. Hier gehen doch schon noch die Schüsse durch. So. Bonus Exits nehme ich natürlich immer gerne. So. So. Lass mich durch. So. 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 Ein wildes Rennen mit der Zeit. Ahja, war noch gar nicht schlecht. Alles auf sagen wir geht, glaube nicht wirklich. Ah, jetzt habe ich ordentlich Bumpen. Das ist eine Art von mir. Noch fahre ich etwas planlos in der Gegend rum. Und man kann auch einfach mal alles abschießen, was entstört. Und dann planmäßig erst ein paar Gegner erledigen ist immer schön. So da gab es aber jetzt nichts mehr, oder? Und doch da unten. So ein großes Gold. Da ist der Ausgang. Wo wir jetzt schon in den Ausgang gehen, ist ja langweilig. Ich weiß nicht, ob ich wirklich etwas verpasst habe. Weg! Weg! Für dich will ich keine Bombe verschwenden. Schauen wir mal, wie man da runterkommt. Genau! Alles klar. Gibt es zu mir. Jetzt können wir entspannt zum Exit fliegen. Plus den einen schwarzen nicht vergessen. Ah, der ist hier. Super! Hier geht es glaube ich lang. So eine Übersichtskarte wäre manchmal nicht schlecht. Exit. Ach hier. Oh! 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 Oh, so was. Oh! 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 Vielleicht bin ich die anderen Gegner ein bisschen, wenn ich sie eine Weile überlebt habe. Ach, ich könnte ja schon mal gucken, wo der schießt. Es gibt auf jeden Fall jede Menge Gold. Ach, jetzt ist hier offen. Noch mehr Gold. Noch mehr Gold. Energie. Da unten gibt es noch eine Bombe. Auch reinpacken und ciao. Level 16. Also Health Points. Super Speed. Geschwindig, König, König oder Hard. Super Speed. Nicht Super Speed, sondern Rapid Fire. Ja. Jetzt. Ich habe nochmal einen Upgrade Point. Shield Push. Super Speed will ich natürlich weiterhin haben. Ich habe schon einen Schiss. Richtig. Richtig. Warte. Der zerstört mir meine Drohnen. Ja, jetzt werden sie sich schon mehr die Gegner. Ja. 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 Schöne. Ja. So, okay, jetzt kann ich den Exit aufmachen, aber ein paar Drohnen mehr könnte ich dann doch wieder gebrauchen im nächsten Job. Meine Energie ist auch knapp geworden. Aber Rapid Fire finde ich nicht schlecht und Homing Shots war ich auch nicht. Hm, ich lass alles so. Items holen wir aber noch mal ein paar Drohnen. Aua. Meine Energie schwindet. Zu schnell. Jetzt räumen wir erstmal drumrum auf. So. 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 Na, ich stelle mich schon ein bisschen. Blöd an manchmal. Oh, das sind mal ordentlich viele. Okay, das ist der Ausgang. So, dann komme ich jetzt da rüber, Bonus Exit natürlich, den will man natürlich. Dann schicken wir mal rüber. So, irgendwo von unten. Und weiter geht's. Ich hab noch gar keinen. Da sind die Rohren. Da ist ein Schlüssel. Ah, das wollte ich noch. Schade. Nein Upgrade Points. Also, dann kann ich nochmal eins upgraden. Ich nehme doch noch ein zweites Health. Ja. Was ist denn insgesamt fünftes? Hey. Was ist da auf mich? Okay. 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 Ich glaube, ich kann die Bomben inzwischen für normale Gegner benutzen. Die schwarzen Gegner scheinen jetzt erstmal uninteressant zu sein. Ich habe inzwischen schon 5 Bomben. Schon wieder 2 Drohnen angeschossen. Da muss ich irgendwo rüber kommen. Wahrscheinlich von da in der Mitte. Und schon wieder ein paar Drohnen mehr. Sehr gut. Zwischen 3 Schlüssen. Oh, das war. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und eine Bombe. 2. Bis zum nächsten Mal. Das ist etwas größer geworden hier. Jetzt habe ich jetzt irgendetwas verpasst. Jetzt wo es größer ist. Nicht, dass es nur einen Bonus Exit gibt. Aber ich glaube nicht. Nicht, nicht. Jetzt mal nichts mehr. Okay... Okay, da geht's noch weiter dann. Da komme ich bestimmt gleich runter, wenn ich hier fertig bin. Ah, blöd. So, jetzt kann ich da runter. Oh... 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 Jetzt hätte ich noch alles. Doch, ich glaube ich habe jetzt hier eine Energie verloren. Ich bin jetzt schon wieder uncased. Und schon wieder. Oh... 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 Na ja, hier gibt es jetzt ein bisschen Energie. Der war ja vorher auch schon wieder drin. Oh, sag mal. Oh, ja, ja genau. Ein Energiepunkt übrig. Sag mal. Und keine Drones mehr. Ohne Drones. Sieht mir da recht schlecht aus. Eigentlich könnte ich mir das Ganze leichter machen, indem ich mal einfach eine Bombe benutzen würde. Mensch. Ganz banal, eine Bombe gezündet. Zumindest bin ich jetzt noch mit voller Energie hier dabei. Was ja eigentlich gar nicht so schlecht ist. Oh, trotzdem noch Energie von der Nacht weckt mich doch. Ich gehe mal zu spät drück. So, also hier muss man irgendwie so rein... Ne, ne, ich glaube da oben. Da kommt man von oben rein. So. Nochmal eine Bombe, Bomben sind gut, wenn man sonst sein Versager ist, so wie ich. Wir schießen eigentlich nicht dauerhaft, so eine Energie habe ich noch, also hole ich mir lieber noch eine Drohne. So, hier komme ich da hin, von oben. Das kann ich gleich hier auslösen, das ist auch praktisch. Ich glaube, jetzt habe ich es bald geschafft, das Level. Dieses Video ist nun vorbei, aber wenn es euch gefallen hat, dann schaut doch mal meine anderen Videos an, abonniert meinen Kanal, folgt mir auf Twitter oder unterstützt mich finanziell auf Patreon. Vielen Dank!